jo leute was geht weg am start heute gibt es ein fifa 18 video mit meinem freund mal ich bin ja auch oft schon wie das wo und dem heral ja heute gibt es vier 18 ein wir machen halt ja wer besser ist kann man so sagen und wenn ich jetzt fünf tor ab und sie mir selbst auf er mich mir sechs so ein glas machen die wasser und dann sechs sachen menschen und ich auch kommt drauf an wie viel toge man hat hat sie machen acht doch ja nein zwölf sieben jahre sieben reicht und dann werde ich kurz mit dem mann ja gute idee ist mein lieben star wenn ich mit der spiel denn ich suche aus sich eskalation aus du warme kette kommst du nicht vorbei los muss ich nicht auch gucken jetzt sind wir das ist auch geil das ist ein bisschen machen weil das auch cool aussieht der kann auch okay leute gerade hätte ich schon ein tor war meine kamera ist nicht so gut wie bei ihnen deswegen haben wir gesagt wenn die weil sein handy ist runtergefahren und direkt abgeschmiert die butter nicht durch die ecke bild der königlichen meistens immer ein ich bin wir haben halt noch lange können und das gibt es geld als wenn es soares ist vor allem aber er lebt noch einig war das nicht mal absehend leonard messi haut ihn nicht an was die mitte was war das dann für ein broker von wie komme ich immer auf broker ich dachte das war das verstehe ich auch nicht bei leuten die fragen hast du das gesehen und die sie das auch mani wie schnell kommt er bei mir nach vorne richtig und drin drin also kannst kein team mit dem machen man nur abschließt oder was wirklich habe ich gehört dass er nicht mehr fifa kampf ich weiß schon dass so viel verkampf aber er spielt davon auf puzzletaktik um passen weil sonst passt er ja nicht auch wie schlecht schießt er nun denn da schießt der ronaldo besser der kann besser wie du schießen das knackt die ganze zeit also das war seine ps4 ist gebund wo ich bin durch er kommt bei mir so schnell ich weiß ich weiß wie man sich und ja dann haben wir können acht und drei minuten vergangen hat schon wieder ein tor leute 10 0 ist das eine herausforderung würde ich sagen wir können es auch so machen dass wir warum trifft er das und das war zahlt wir können es auch so machen dass wir in den fifa challenges ähm challenges machen zum beispiel man muss immer mit einem spieler den tor schießen und nicht mit anderen personen weil sonst sind das tot zum beispiel nicht so wie das spielte juni die nume bei das ist ja bei fifa er siebzehn neuer gewesen ich bin ich bin habe ich er weiß ich mich weil ich habe auch niemand klicken ein bisschen lustig ja ein bisschen lustig aber okay das wäre aber auch ein bisschen dumm wer kauft denn sich ein pulli ich verstehe nicht wie er da so leicht durchkommen kann guck der läuft einfach so wie ronaldo durch aber er kann dass er jeden tag spielen spielt es nur aber kannst ich kann aber ich habe auch irgendwie nicht so lust alleine ist es halt langweil ja machst du damit Spaß mit freunden mit mir oder so ich spiele eigentlich fast nie fifa ich spiele halt nur mit freunden fifa weil irgendwie alleine kein bock was war das ich weiß wie du spielst was hast du ja was war das für ein übriger das ist fast sein genick gebrochen wer dieser typ das ist so ein vertreter ich sehe den ball sorry leute dass fast eine woche keine videos kam wir hatten halt keine zeit um videos zu machen und wir sagen mal so jetzt kommt auf das 4 das Video ist ne oh der war einer von Ronaldos Kopf ist besser als mein Kopf weil der dicker ist ein ticker der ist auch so wie guck mal dein Kopf ist so oval oval welcher Ronaldos Kopf genau wahrscheinlich ist der Kopf oval weiß ich nicht also wissen wir nicht nur ist es ja auch egal der weiß schon den habe ich es gerade gezeigt der passt nur sonst passt er nie der passt nicht sehr gut jetzt krieg ich doch ein ja bitte rote bitte okay nein das ist gelbe nix 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 doch guck das passt nicht direkt ne 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 das hat er nicht keine rummessen ja komm der rein scheiße das war ja fuck wie dumm bin ich gehen würde das war der falsche ja wenn ne 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 der kommt da durch ja wenn ich da durchgekommen wäre was wir auch machen wir wollten wir haben halt den Film S geguckt der den Film aber Noah Noah war zu pussyhaft und nein der war zu langweilig so ein Arsch nein er hatte Angst bei den ersten war es so ein Kind ermordet worden und er hatte richtig Angst habe ich nicht zufuhren doch er lacht schon so hast du das überhaupt gucken hast du das überhaupt gucken ja da war es gut in der winkel ich habe ihn mal richtig kleinen Film gezeigt ne weißt du nachdem diese Dinge sind auch dabei ja das ist auch und das ist in der ersten fünf Minuten passiert das von dem Film S auch in den ersten 8 Minuten ja aber nichts also wie groß ich das war und daran das Moment weg genommen also da wurden tausende Menschen da in den ein Filmen es ist heute wenn ich gewinne schon mal ich bin seit 2000 guck mal ich finde was in 2008 besser gemacht wurde der Torwart und Grafik und die Menschen ja die weil man jetzt auch so übel zu den Menschen machen den finde ich so nice was man kann auch zu den Menschen laufen ja und so rausspringen ne ja wirklich muss die nehmen ohne durch warum passt er denn vor 10 Lappen ich verstehe FIFA gar nicht mehr das weiß ich ich weiß halt wie man da reingeht weg mit die Bär komm mal wie Ronaldo läuft so wie ah weg geht sie auch 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 oh shit das ist wie wenn ein gelb egal vorteile geht einfach weiter oder wir machen so ein schenisch man muss mit dem teuer ein teuer ausschießen ich habe bei nur auch faul ja ich hätte bei nur oh ok Leute ich mach ich hab auch gesagt das wird zu schnell warte nehmt das noch hallo ich beginne schon mal oh 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 das war gelb das muss zu rot geben oh mein vorteil ich hasse das vorteil ne sprinte was schießt der da und er geht rein es ist es ist es ist es ist es ist so scheiße aber der Torwart wurde auch schlecht nein du bist schlecht leider steht 3-0 also wüsste schon dass ich drei sachen reinmachen kann und er darf mir gar nichts machen im Gratan ja wie viele schüsse hast du 4 und 3 von da rein oder was das war aber richtig geile Tor oh ey wenn das nichts gibt ich dachte das schon das war ja das war ja jessling hoch aber es passt zu den jetzt passt zu den dann passt zu den drauf jetzt schieß schieß doch nicht idiotisch aufs Torwart aber es ist unverkehrt zu hause aber es ist unverkehrt zu hause und ich nicht was ja au in die Passe danke für rot nein ben hocker er guck doch du denkst ein wir breathieren sie sch allocation sie fördert dieser war selbst Du hast ihn noch geblockt, Alter. Wollen wir jetzt in 40 Minuten Video machen? In 40 Minuten. So länger. Weil wir so lange nicht mehr rausgebracht haben. Du kannst dann schneiden. Du kannst dann schneiden. Ist ja schwierig. Nein. Der meint, schneiden ist schwierig. Der meint, schneiden ist schwierig. Ja, auf Dauer schon. Du musst aber über mein Handy schneiden, ne? Ich schick dir das wieder nicht rüber. Natürlich. Nein, super nett. Wie lange es dauert? Das dauert mindestens 3 Monate. 3 Monate? Ja. Ist bei dir alles gut? Aber ich schmiert immer ab. Aber bei mir nicht. Als wenn Messi gelb hat. Ja, süß. Und dass er sich jetzt nicht mal wehren kann, wenn er weggepickt hat. Du, sag mal, Knopf mal. Du, guck dir mal, Knopf. Du, guck dir mal, Knopf. Hoppa, 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 hoppa. Ja, Allah, 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 Allah. Das ist so unfair. Das ist aber unfair. Er darf mir gleich ein Max mit drei Sachen machen, aber... Komm, ich mach noch eine 5. Leute, schaffe ich noch die 5? Ich mach noch die 5 Tore. Noch 5? Nein, noch. Bis ich 5 habe, dann... Hä? Komm, Hector. Ich quitsch ihn weg. Alter! Komm, wen wollte ich wissen? Ah! Ich hab mich gerade hingesetzt und mein... Schmack! Aber es ist voll unfair. Dieses ganze Spiel ist unfair. Und er bekommt ihr voll in die Fresse. Ich dachte gerade ein Tor, wenn ich ehrlich bin. Wie? Alter! Oh! Der Mark hat viel mehr. Oh, das war gut. Ach, jetzt mach doch einen noch, zumindest. Nein, bitte nicht. Einen noch. Einen noch. Sprinte doch, du lahmes Arme! Nass. Ronaldo zieht auch. Kein Problem. Pass. Ich bin einfach nur Ronaldo, ne. Lugrecht, schick ihm und rennen. Der hat ja richtig auf die Fresse bekommen. Wer? Ronaldo. Von Torwart. Wasser was nur so aus, weil er weggeflogen ist. Wusstest du? Real Madrid nutzen mehr Chancen als Wasser. Jetzt gerade in Spielungen und ganz. Immer. In FIFA 18 halt. Das ist unfair. er ist voll das bessere team wir sagen gleich wir machen gleich noch mehr oder nur vier minuten und da habe ich real und er war es okay das ist keos nach dem spiel wir werden einfach die tor zusammen okay dann wird das ein bisschen länger wieder aber was du für glück hast ne guck mal ob das video noch geht läuft noch alles gut ja okay leute ja ein kleiner schnitt also bis gleich 30 immer noch für mich den kommen auch mal wechseln auch ja in stia aber es ist gut ist hast du ausgewechselt ja oder war schrott wie ein auto versuche einfach nur ronaldo weg zu reden das ist mein erfolg heute noch kam danach schrieb ja das gut ich mach uns die tür zu leute bis gleich leute da geht es wieder los wie du hast du hast du nicht mehr viel zeit wenn ich ihn fünf dringend sein dann ist aber auch gefickt deine mama verstehst du wenn er den jetzt nicht dann macht ihn doch eh nicht habe ich doch gewusst auch wie ein lachen hart lasse leute habt ihr gesehen nein die sehen das nicht und durch aber ich habe mich noch in die beiden das ist gut das war letzter mann wenn das kein rot gibt ja letzter mann guck und tippi und tippi und tippi tippi guck letzter mann aber was soll ich da machen das wäre ein Tor aber wie einfach komm den mach ich rein das brauchst du dich eh nicht er macht es eh nicht mit ronaldo der lappen mach jetzt es war auch jahre zum l hä oh mann ich konnte das mal ich kann das nicht mehr sehr schlecht ich habe du hast du gar kein Tor oder was habe ich gehört mann aber ich denke ich hätte die Nähe abziehen also ja ja jetzt lügt er ja es ist einfach nur wegen den Mannschaften die sind sogar die sind sogar gleich ungefähr nur das wie er in Madrid schöner aussieht gleich werden die Tore noch mal zusammengerechnet ne und dann oh ein Trinkhaus hie hä was war das denn der wurde einfach weggezogen es gibt ja oder sowas was ist da hm was macht der oh das kam komm komm bitte ich brauche noch wie lange geht das Video überhaupt schon 18 minuten ich habe noch ein Match ne ich habe noch ich habe noch ich habe noch das war ich habe noch das war da es geht um ich bin aber wie viele Chancen ich hatte keine reingeben deine deine fünf Chancen drei eigentlich ich glaube wir haben sogar gleich viele Chancen was macht der denn oh fuck ich habe heute in der Schule also Hockey gespielt ne Hockey ist geil und ähm hat sie den Schläger und bin so dumm schlag so und er fliegt voll gegen den Bau von und ich habe noch leider ihr seht doch das 4-0 ich kann mir keinen Trick machen 2 Goals ich habe mehr Chancen als du habe ich das Gefühl auch nicht und vorbei nein Paul ach ja ok Alter komm 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 ist ihr jetzt vorbei ne und und POTS ey ne wenn er noch das ich dachte schon ich habe auch schon Leute das war's hä nein jetzt mit anderen Teams also 4 ich schreib mir das kurz auf den Titel jo Leute da sind wir erst wieder Real Madrid gegen Barcelona wir spielen direkt ja ist ja egal ist mir schlecht es ist einfach ein Goal ich passe und der passt natürlich nicht guck mal weiter gehts 4 Tore 4 Sachen in einem Drink he 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 8 jetzt ne wir machen 4 Minuten ne ja wie wir hab das vergessen ne das kann man ja sehen bei der Leute ok Leute kurz ein kleiner Schnitt so Leute dann sind wir wieder ja oh habt ihr das gesehen im Schnee warum spielen wir immer mit deiner Mannschaft weil Bratan ach jetzt schreif mich mal an Leute ja jetzt tut auch noch so Alter ah du hast ein blau von deinem Leben du 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 wirst man kann moi jeder Mannschaft gewinnen moin doch wie er direkt durchkommt ich verstehe ja noch nicht warum was los was macht Marcelo da Deine Mama, ich bin gut. Oh, nur die Warte, ich hab nur gut die anderen. Der war schlecht. Jetzt ist fast mein Vater weggewickelt. Habt ihr schon mitbekommen, ein Rekord? Zehn Sieger von Deutschland hintereinander? Das sind Schüsse da. Was? Das sind Schüsse von mir da. Schlechte, ne? Warum passt der direkt in den Spiele? Weil in einer ist einer frei, das macht gleich, man muss direkt in den Spiele passen. Das ist auch schon ein bisschen logisch, ne? Wie man passt. Guck, pass ich da, jetzt pass ich da. Jetzt guck ich nach da, pass nach da. Jetzt pass ich nach vorne. Jetzt mach ich nach da, nach da. Und er macht ihn nicht. So ein Lappen von den Lappenhäusern. Das hat jetzt wieder einen Sinn ergeben. Ja, shit. Das war aber schön. Das sieht so komisch aus. Warum hast du das nicht eingestellt? Hab ich gar nicht. Du weißt, im FIFA habe ich von YouTube da, das Wetter sich auch verändert im FIFA 18. Ja, das kann man einstellen. Ich weiß. Nee. Das ist eh ein Glitch. Ach nee. Das ist so realistisch. was sieht. Ferrari. Wie bitter. Wie bitter ist das? Ich denke, dass ich lieber... Du musst aber gleich nochmal ein Match so machen. Nein. Doch. Wieso? Weil wir die 8 Minuten bei mir vier. Also. Ja. Unfair. Also. Ja. 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 Ein Tor. Das ist ja blau. Ich hab von 4. Ja. 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 Vielen Dank. Und jetzt krieg ich... Nein. Ach,工! Warum? Du... Ich bin einfach da, ne? Weißt du, wo ich dich auch selbst spiele, oder? Es war nichts… Es war nichts zu machen, oder? Geld! Was ist Geld? Das war einfach Körper. Mann. Du kannst das nicht. Ich hab's geschafft. Mann, Alter, eh, woher weißt du das, wo ich die ganze Zeit hingehe? Geld. Hä? Das war bald. Das war bald. Das war aber... Das wär gar nicht so gut. Nimm uns das Geld. Nein, das war ja kein Absicht. Keine Absicht genommen. Ja, das war ein Faul. Das war ein Faul. So, Mann. Ach, Mann, als ob der da nicht steht. Mann, dieser Affe. Da rasten. Kommen schon die ersten Ausrastprobleme? Ja, ich raste halt. Aber sie hört mal irgendwie so schnell auf. Ja, aber lass doch... Mann, was ist da ein Upside? Aber das wär ja voll cool noch ein einziges... Nein, das wär nicht cool. Warte doch, weil... Dein Gerätespeicher ist schon voll und meine Arbeit auch. Genau, aber... Also, was wir da machen könnten? Nee. Doch, wir könnten dann so eine Challenge machen. Unsere Lieblingsmannschaft. Was? Nee, das machen wir anders mal. Boah. Weil am Sonntag kommt ja wieder mit, doch. Oh Mann, Zuckerbläer, Dinahui. Ja! Ja, Zuckerbläer! Oh! Und jetzt. Das hört sich angeregt, wer nach Türkisch ist. Turkisch. Ich auch. Gurkisch? Die Schnauze. Gurkisch. Dutsche. Kartoffelisch. Kartoffelisch. Jolla, das ist kein Abweis. Und jetzt. Und jetzt. Wrestling! Super! Wir spielen in Wrestling. Wrestling. Man, da bin ich nicht. Versteht ihr? Wir spielen nicht, Alter. Und jetzt. Und jetzt. Die selben Show! Die selben Show, Dinah! Aber du kannst nur foulen jetzt, ne? Das nennt man... Taktische Trädchen. Es gibt Taktische und so welche Trädchen. Einfach so. Och, ich bin tot! Das sind... Das war kein Taktische Trädchen. Los, gib mir Ruhe. Gib mir Ruhe. Komm. 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 Drück doch X. Hab ich doch. Warte mal jetzt gut. Traust dir die nicht. Das geht doch nicht. Das geht dem FIFA. Kann man gar nicht. Kann man aber traut dich nicht. Mach! Piraten. Hey Piraten. Piraten. Guck! Es geht faul. Du dich. Was? Ich dachte. Elfer. Ich dachte. Warte. Stopp. Nee. Mann, jetzt gib mir noch ein Tor. Ich darf nicht verlieren. Er rastet aus. Ich... Gegen einen Loop kann ich nicht verlieren. Das ist das erste Mal, dass er gegen mich hat einen FIFA gewinnt. Was denn? Was denn? Sohn. Nimm doch den Verrückte. Nimm doch den Verrückte. Was macht der da? Komm ich mach jetzt mal deinen Platz. Okay. Nu. Haha Nu. Oh Gott. Wie geht's hin? Oh. Guck mal. Jetzt spielt der Pussy. Oh. 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 Okay. Egal, er hat gewonnen. Das war nur Glück. Daffel, ihr habt zwei Sachen als die Grinke machen. Ok. Dann, Leute und wir sind drauf. Warte, stopp. Wir müssen rechnen. Warte. Leute, stopp. Wir müssen mal rechnen. Wurzeltes aufgeschrieben. Okay. Scheiße! Also ich darf 7 Sachen reinmachen und er nutzt frei. Ok Leute, wenn euch den Video gefallen hat, dann... Wir machen noch die Bestrafung. Und dann bis zum nächsten Video. Also bis zu der Bestrafung und haut rein! Und tschau! Bis gleich! Bis zum nächsten Mal!